Hallo lieber Zwilling und herzlich willkommen zu einer neuen Legung hier auf dem Kanal, in der wir heute in die Energien zwischen dir und der Person in deinem Herzen schauen. Und wir starten mit einer Karte aus dem Moonology Orakelkarten Set. Du kannst diese Legung schauen, falls du den Zwilling im Sonnenzeichen-Mod-Ascendent oder der Venus hast. So, die Person im Herzen von Zwillinge, die Person im Herzen von Zwillinge, was sollten wir wissen? Zeit der Heilung, abnehmende Sichel. Okay, schon mal sehr signifikant hier. Die abnehmende Sichel sagt mir natürlich auch, dass ein Neumond quasi bevorsteht. Und damit meine ich jetzt nicht, was astrologisch gerade wirklich am Himmel ist, sondern wirklich bezogen auf diese Karte hier. Und der Neumond, mit dem geht es immer um Neuanfänger. Jetzt allerdings ist erst mal die Zeit der Heilung angesagt, bevor dann irgendwas neu beginnt. Jetzt lass uns mal schauen. Hupala, ich habe fast vom Stuhl gerutscht. Lass uns einmal schauen. Die Energie für Zwillinge. Auszeit, Heilung, Meditation, emotionales Heilen. König der Stäbe in der Vergangenheit, Ritter der Schwerter und der Herrscher. Dann haben wir im Hier und Jetzt die 5 der Kelche, 7 der Münzen und das Schicksalsrat. Und wir haben die Karte des Sterns, die 3 Stäbe und wir haben die Königin der Kelche. Und am unteren Kartenrand haben wir die 8 der Münzen. So, das Erste, was ich direkt für dich reinbekomme, ist, Dinge entwickeln sich gerade weiter. Dinge wachsen, entwickeln sich weiter. Manche Dinge brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit in deinem Leben. Manche Verbindungen, Beziehungen oder hier auch diese Situation mit der Person in deinem Herzen, an die du gerade gefühlt hier gefühlt denkst. Genau, an die du gefühlt denkst. Was wir hier sehen, so, jetzt komme ich mal ein bisschen ran. Der Stuhl war ein bisschen weit weg hier. Was wir hier sehen, es dreht sich tatsächlich gerade auch alles um die 7 der Münzen. Und die 7 der Münzen in einem anderen Tarot-Karten-Set, in dem Wildwood-Tarot, ist das die Karte, die auch Heilung sagt. Was ganz spannend ist, weil wir hier einmal diese Kombination haben, Heilung, Auszeit. Dinge brauchen jetzt gerade ein bisschen, bis sie sich entwickeln, bis sie wachsen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du zum einen dich vielleicht fragst, bezogen auf die Situation oder die Person in deinem Herzen, ob sich eine Situation noch lohnt, da weiter zu arbeiten, Energie, Zeit rein zu investieren. Ob das jetzt die Beziehung ist zu dieser oder diese Verbindung ist in deinem Leben oder ob es eine Situation gibt, in der ihr beide seid. Freundschaftlich, familiär, Liebespartner, Ex-Partner oder einfach eine Person, für die du romantische Gefühle hast. Aktuell sieht es vielleicht so aus, als ob sich Dinge nicht weiterentwickeln. Und ich sehe auch, dass darüber gefühlt ein bisschen Enttäuschungen sind. Enttäuschungen, dass vielleicht Dinge länger dauern. Was immer das Problem ist, weil man in dem Moment nicht genau weiß, dauert es jetzt länger oder geht es einfach nicht voran? Schauen wir uns mal die Vergangenheit an. Wir sehen den König der Stäbe und den Herrscher. Beides sind sehr nach außen gerichtete Energien im Sinne von Visionen, Ziele. In die Richtung möchte ich gehen. Vielleicht hast du es hier, wobei, kann sein, dass du es mit einem Widder zu tun hast oder einem Feuerzeichen. Generell, Widder, Löwe, Schütze. Ich habe das Gefühl, hier gab es irgendeine Idee, irgendeine große Vision, wo es darum ging, gefühlt einen Plan, eine Strategie zu haben, wie man das erreichen kann, um dann hier mit dem Herrscher auch wieder mehr Stabilität und Sicherheit zu leben. Der Herrscher ist sehr beschützerisch. Generell, es kann also auch sein, dass es darum ging, in der Vergangenheit zum einen ein stabiles Fundament, aufzubauen, gewisse Strukturen zu haben. Es könnte gewisse Strukturen und Regeln gegeben haben in der Vergangenheit, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Was zum einen bedeuten kann, vielleicht hat man sich ein bisschen eingeengt gefühlt. Man war vielleicht ein bisschen restricted. Wie sagt man das, eingeschränkt von gewissen Rahmenbedingungen, Strukturen und Regeln. Das ist eine Möglichkeit mit dem Herrscher. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass es hier eine Vision gibt, in Richtung Stabilität und Sicherheit sich reinzubewegen. Die Verbindung zu schützen, die Familie zu schützen. Der Herrscher ist der Versorger der Familie. Da geht es also im Prinzip darum, der Herrscher schützt sein Reich. Dementsprechend kann es auch um diesen Aspekt gehen, dass in der Vergangenheit es darum gegen Grenzen zu ziehen oder sich zu schützen, auf gewisse Art und Weise, um wiederum in der Essenz mehr Stabilität und Sicherheit zu haben. Auch diese Strukturen und Regeln, die mit dem Herrscher kommen, führen oder sollen eigentlich dazu führen, dass gewisse Strukturen und Rahmenbedingungen einem das Gefühl von Sicherheit geben. Auch das kann hier in der Vergangenheit ein großes Thema gewesen sein. Was ist die Struktur? Was ist der Rahmen unserer Verbindung, unserer Beziehung hier? Das abzustecken, das quasi zu klären, Grenzen ziehen, gegebenenfalls auch klare Kommunikation über die Richtung, in die es weitergeht, Kommunikation über Ziele, nehme ich hier ebenfalls ganz stark wahr. Mit dem Herrscher geht es aber auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir sehen hier zwei sehr verantwortungsbewusste Karten mit dem König der Stäbe und dem Herrscher. Also auch das in der Vergangenheit scheint hier ein großes Thema gewesen zu sein. Verantwortung zu übernehmen, während man sich auf gewisse Ziele hinzubewählt. Nun haben wir hier eine sehr spannende Karte, den Ritter der Schwerter. Und während der Ritter der Schwerter quasi derjenige ist, der angreift, der eine Sache ran, also wie sagt man, angeht, wo man hier sagt, okay, wir haben eine Vision, wir haben ein Ziel, das ist die Richtung, in die es geht und jetzt Attacke. Während das gut ist, der Ritter der Schwerter ist mega fokussiert. Wir haben hier also einen Fokus, Konzentration und wirklich eine schnelle Fortbewegung. Das Thema Umzug und Reise könnte hier ebenfalls mit der Bewegung eine Rolle gespielt haben. Aber manchmal ist der Ritter der Schwerter so ein bisschen herausfordernd, aufgrund dessen, dass er A, zu schnell, zu viel möchte und ihm die Erfahrung, sag ich mal, fehlt, wann man vielleicht auch mal langsam gehen sollte. Denn manchmal, wenn man zu schnell, zu viel möchte, fällt man wieder zurück auf eine Stufe, die man noch nicht komplett ausgebaut hat. Und wo man dann sagt, okay, wir müssen noch mal wieder ein bisschen zurückgehen, ein paar Schritte, um an dem Fundament hier zu arbeiten. Und weil wir das Fundament hier haben, mit dem Herrscher ebenfalls, habe ich das Gefühl, das war hier ein ganz, ganz großes Thema. Auf der anderen Seite, der Ritter der Schwerter, es könnte sein, dass du dich von etwas oder jemandem überrumpelt gefühlt hast. Auch da kommt wieder dieser Aspekt von, oh, hier, hier bin ich, tada, das ist die Richtung, in die ich gehe. Wobei er eigentlich nicht sich selber präsentiert. Der Ritter der Schwerter ist halt sehr fokussiert auf die eigenen Ziele. Auch das, wir haben sehr viel den Fokus auf Ziele, auf Richtungen. Und dann gegebenenfalls mit dem Ritter der Schwerter jemand, der vielleicht ein bisschen sehr egoistisch ist und sagt, hey, aber das ist die Richtung, in die ich gehen will, ohne Rücksicht auf Verluste. Ob du das bist, ob das die andere Person ist oder eine außenstehende Person, die euch auf gewisse Art und Weise überrumpelt hat und gesagt hat, hey, in die Richtung geht es jetzt weiter. Das wirst du entscheiden hier. Aber das sind die Energien, die wir hier in der Vergangenheit haben. Ebenfalls mit dem Ritter der Schwerter kommt die Kommunikation. Das kann also sein, dass man hier geredet hat über eine gewisse Herangehensweise und Strategie, wie man jetzt gewisse Ziele erreicht, welche in der Essenz dazu führen, eine neue Stabilität und Sicherheit oder eine gewisse Struktur aufzubauen. Kommen wir mal ins Hier und Jetzt. Also sehr viel Planung, sehr viel Fokus, mentaler Fokus, sehr viel Fokus auf Ziele, Strukturen, Sicherheit. Kommunikation. Was wir im Hier und Jetzt sehen ist, irgendwas entwickelt sich aber nicht so wie gedacht. Also wir haben als erstes die Fünf der Kelche hier. Das sagt mir, gerade in dieser Kombination, irgendwas dauert gefühlt länger als gedacht. Wir haben das Thema Wartezeit hier, geduldig sein, während Dinge sich entwickeln, während Dinge wachsen. Was du gerade gefühlt nicht kommen siehst, ist tatsächlich, dass sich diese Energie, die Zeit des Wartens, das wird sich bald weiterentwickeln und das sehen wir aufgrund von zwei Sachen. Worauf auch immer du gerade wartest, das könnte sein, dass du darauf wartest, eine Belohnung zu bekommen oder etwas zu bekommen oder ein Ziel zu erreichen oder etwas erfolgreich zu machen oder Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Was auch immer das ist, wo du sagst, boah, das geht gerade irgendwie ein bisschen langsam. Ja, das ist gerade der Aspekt. Es geht gerade ein bisschen langsam und das gefühlt führt hier zu einem Konflikt. Wir sehen unterliegend durch die Acht der Münzen, was die nachfolgende Karte ist, dass das gerade das ist, was du noch nicht kommen siehst. Tatsächlich für all diejenigen, die sagen, ja, Julia, aber du hast die Karte ja anders gedeutet bei anderen. Denn das stimmt, weil ich hier auf meine Intuition gerade extrem in dieser Runde höre, grundsätzlich immer, aber gerade hier die Botschaft, die ich hier für dich bekommen habe als unterliegende Karte ist, was du gerade nicht kommen siehst, ist, dass sich die Situation bald weiterentwickeln wird, aufgrund dessen, dass aber auch noch weiter an der Situation gearbeitet wird. Also ein bisschen mehr Arbeit ist notwendig, um dein Ziel zu erreichen. Du bist noch nicht ganz da. Die Situation ist noch nicht stabil. Es ist noch nicht die Zeit der Ernte und ja, Dinge wachsen, aber man kann es noch nicht wirklich genießen. Und aufgrund dessen, dass wir hier diese beiden Karten haben, habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen vielleicht frustriert bist oder enttäuscht bist, dass etwas einfach länger dauert oder sich vielleicht auch auf anders entwickelt als ursprünglich gedacht. Sich in eine andere Richtung gegebenenfalls auch entwickelt. Aber was wir sehen, ist, dass es sich bald weiterentwickelt. Und das sehen wir auch hier ganz offen an dem Schicksalsrat, weil der Schicksalsrat wiederum sagt, okidoki, mach dich bereit, denn in den nächsten vier bis sechs Wochen gibt es eine Veränderung. Eine Veränderung. Und wenn ich mir das mal anschaue, wohin das führt, dann gefühlt und gefühlt. Das ist witzig, das verballere ich hier jedes Mal. Dann aber zum Positiven. Das heißt, was auch immer hier aktuell sich gerade hinzieht, Bewegung kommt rein, Entwicklung kommt rein, eine Veränderung zum Positiven. Und was bedeutet das hier für uns? Hoffnung. Da bedeutet das, du bist auf dem richtigen Weg. Auch hier die Weiterentwicklung einer Situation mit den drei der Stäben. Wir haben also Wachstum. Auch hier könnte das Thema Umzug oder Reise sein. Neue Hoffnung bei einem Umzug, neue Hoffnung bei einer Reise. Vielleicht begibst du dich auf eine metaphorische Reise oder grundsätzlich diese Partnerschaft, die Beziehung oder das Projekt. Die Situation, an der ihr arbeitet, wächst weiter. Wir sehen auch hier, du bist auf dem richtigen Weg. Hier ist neue Hoffnung für die Zukunft, neue positive Energie, Optimismus. Gleichzeitig ist das die Karte der Heilung. Gerade wenn jetzt in den nächsten vier bis sechs Wochen vielleicht noch das ein oder andere hochkommt, wo du sagst, das hat mich irgendwie enttäuscht. Das sind alles Energien, die übergehen in, okay, du wirst aber damit gefühlt ein bisschen friedlicher werden, weil wir hier die Heilung haben. Die Heilung tatsächlich von den Enttäuschungen. Was ich gerade auch reinbekomme, ist tatsächlich, das, was dich enttäuscht hat, ist tatsächlich hier mit dem König der Stäbe gewisse Ziele, die du hattest. Ein Projekt, ein Ziel, ob das jetzt und da wieder, ob das jetzt auf die Partnerschaft und Beziehung sich ganz speziell bezieht oder ob das sich bezieht auf eine Situation, die ihr beide erlebt, wo es um eine gewisse Richtung geht. Aber bezogen auf irgendeine Idee, irgendeine Vision, die du hattest, hat sich hier gefühlt etwas nicht so entwickelt und das ist das, was hier in die Heilung geht. Und wo es neue Hoffnung vor allem jetzt auch gibt. Gefühlt wird dieser Blick abgewendet von, okay, das hat nicht funktioniert, aber jetzt kann ich, es wird gefühlt ein neues Potenzial sichtbar, dass du jetzt siehst, ah, okay, das hat nicht funktioniert, aber in diese Richtung, das kann funktionieren. Und das ist sehr motivierend hier. Genauso wie hier, das, was hier tatsächlich so frustrierend ist, ist diese Energie von, ey, ich will jetzt schnell, ich will jetzt in diese Richtung, ich will mein Ziel erreichen und dann, tschüt, Bremsspur, haben wir hier erstmal die sieben der Münzen liegen. Das ist so, ah, okay, Schnelligkeit, langsam und da auch wieder diese Frustration gefühlt. Aber was ich hier auch wahrnehme, ist, dass auf gewisse Art und Weise du hier auf den richtigen Zeitpunkt wartest und für irgendwas war es bis jetzt noch nicht an dem richtigen Zeitpunkt. Vertraue darauf, dass alles im göttlichen Zeitpunkt passiert, zum Divine Timing, dann, wenn es vorhergesehen ist, zu passieren. Und das nehme ich hier ebenfalls wahr, was auch immer dein starker Fokus war in der Vergangenheit, was auch immer dich gerade so ein bisschen frustriert, weil es irgendwie sich nicht so weiterentwickelt oder du irgendwie den Fortschritt noch nicht sehen kannst, was sehen wir hier? Wachstum. Wachstum der Situation, wo auch immer du dich hinbewegst, die Reise geht hier in Kürze weiter. Ja, und was sehen wir dann noch? Die Königin der Kelche hier. Das bedeutet zum einen, haben wir hier wirklich eine sehr liebevolle Energie in der Zukunft liegen, emotionales Verständnis, was ganz spannend ist, denn wir sehen hier auch tatsächlich, wir sehen die Veränderung vom Herrscher in die Königin der Kelche, die Energien, die in der Vergangenheit also sehr fokusorientiert waren, sehr auf, vielleicht auf Leistung, auf Dinge erreichen im Außen, auf Visionen, auf Ziele. Es wird ein bisschen gefühlsvoller wieder hier. Auch das sehe ich einmal als große Veränderung an. Wir haben mehr Emotionen, wir haben mehr Gefühl, emotionales Verständnis, eine vielleicht sehr emotionale Kommunikation, wo man sich gegenseitig zuhört und beide Seiten einander verstehen. Auch das ist einmal hier. Und ja, von daher, die Energie, in die du dich reinbewegst, ist tatsächlich hier sehr, sehr weich. Es wird weicher wieder. Ich habe das Gefühl, du darfst wieder weicher werden. In diesem Sinne, was machen wir jetzt? Wir wollen uns mal anschauen, die Person, mit der du es hier zu tun hast. Was denkt er oder sie über dich? Was fühlt er oder sie für dich? Was sind die wahren Absichten der Person? Wir ziehen einen Tipp für dich. Wir ziehen einmal die Energie deiner Person und was die Herausforderungen und Blockaden im Energiefeld deiner Person sind. Plus wir gucken uns das Lennamour an. Da ziehe ich einmal die große Tafel, um zu schauen, wo steht ihr beide? Wie bezieht ihr euch aufeinander? Was sind die einzelnen Details zwischen dir und der anderen Person? In diesem Sinne, darf ich dich jetzt einladen, mir zu folgen in die Erweiterung. Unter diesem Video ist der erste Link zu Vimeo. Da hast du die Möglichkeit, das Einzelvideo dir anzuschauen. Link Nummer zwei ist dann der Link zu Patreon. Da hast du die Möglichkeit, dir mit der Mitgliedschaft, dass dir immer alle Erweiterungen direkt freigeschaltet werden. Und falls du jetzt sagst, nee, das reicht mir bis hierher, dann vertraue ich darauf, dass du jetzt alle Infos bekommen hast, die für dich wichtig waren. Wenn du sagst, yo, ich möchte jetzt mit dir in die Tiefe schauen, Julia, dann... folgst du mir einmal in die Erweiterung unter diesem Video, mit der ich jetzt starte. Also bis gleich. Mua! Untertitelung. BR 2018